Hallo, mein Name ist Andreas Rauscher von der Firma Capsch Businesscom. Ich bin Solution Designer für Sicherheitstechnikanwendungen, unter anderem auch Videosysteme. Mein Besuch hier hat abgezielt auf die künstliche Intelligenz, was für mich sehr wichtig war, da dieser Bereich der Videotechnik sich sehr stark in der Zukunft entwickeln wird und für mich auch maßgeblich ist, wie da die Hersteller sich ihre Entwicklungen vorstellen, wo sie hingehen, welche Technologien sie einsetzen und da stellt Equision aufgrund der Größe und Marktpositionierung des Unternehmens einen großen Player am Markt dar. Das ist der Grund, warum ich hier bin, habe sehr viele Einträge genießen können. Was auch zu verbessern ist, ich sage jetzt einmal, ist die Qualität der Präsentationen im Vorführraum. Ansonsten, der Truck ist wirklich top und ich bin schon gespannt, wie die Entwicklung weitergehen wird und werde da sicher wieder weiter tief und eng mit Equision zusammenarbeiten. Danke! Danke! Untertitelung des ZDF, 2020